Robin Hood, die wahre Geschichte Robin Hood und Little John verstecken sich am Waldrand und warten darauf, dass jemand Reiches für ihren ersten Raub vorbeikommt. Robin, schau mal links, ich rieche Zaster. Aber das ist ja der steinreiche Fürst. Ja, heute muss unser Glückstag sein. Okay, wir machen alles so wie besprochen. Moment Robin, siehst du die Leibgarde zu Rosse nicht? Sie werden uns umbringen. Hm, du hast recht John, aber was sollen wir tun? Ich meine, wir haben es versprochen. Wir dürfen unser Versprechen nicht brechen. Also Robin, pass mal auf. Wenn mein kleines Gehirn da oben richtig arbeitet, dann geht es gar nicht darum, wo das Geld wegkommt. Wichtig ist, dass wir es den Namen geben können. Aber wo weg willst du es nehmen? Ach, mein lieber Robin, stell dich nicht so dumm. Von den Reichen, nur müssen wir darauf achten, dass sie nicht so reich sind, dass sie sich wehren können. Das ist eine großartige Idee. Wir sind die Helden und die Armen sind glücklich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.